Unsere Nummer 44, Fanta Korn Dieser braune Wallach, geboren im Jahr 2020, erst 1,69 Meter im Stockmaß gemessen. Er stammt ab von Fürst Samarand, Larus Crusader, Weltmeier, aus der Zucht unter Besitz von Jochen Mayer aus Freiburg. Fanta Korn ist ein imponierender Wallach mit guter Auffassungsgabe und viel Bereitschaft für den Dressursport. Seine Halbschwester Clara Korn von Carabas feiert unter Ann-Kathrin Lachemann international Erfolge in S2-Sterne-Dressuren. Aus der zweiten Generation seines Mutterstamms ist der Grand Prix erfolgreiche Dancing Devil von Donatelli unter Nicole Louven. Aus der dritten Generation sind die S1-Sterne erfolgreichen Dressur-Pferde Kirida von Casa de Chari und Josefine Wolf und Idolo del Castello von Ravallo unter dem Sattel von Rebecca Noventa. Ladies and Gentlemen, Lot No. 44, Fanta Korn This by Gelding is born in 2020. He is 16.2, a half-hands high. He is by Fürst Samarand, Larus Crusader, Weltmeier. Fanta Korn is an impressive Gelding with good comprehension and a lot of willingness for dressage. His half-sister Clara Korn by Carabas celebrated international success in advanced two star-level dressage competitions under Ann-Kathrin Lachemann. Fanta Korn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020